Ich bin Katja Steinert und ich bin Sabine Schäfer. Wir sind beide Hebammen hier im Hochwald-Krankenhaus und ebenso Praxisanleiterin. Das heißt, wir sind für die Ausbildung der werdenden Hebammen auch über uns im Haus zuständig. Außerdem haben wir beide selbst Kinder. Stimmt. Wir möchten Ihnen das Modul Gesund durch die Schwangerschaft vorstellen. In diesem Modul geht es darum, dass Sie als Schwangere, egal wie weit Sie mit Ihrer Schwangerschaft sind, also auch für Frühschwangere, einen Anlaufpunkt haben, wo Sie mit Ihren Fragen, Sorgen, Ängsten zu uns kommen können. Oft bleibt in der Sprechstunde bei den Frauenärzten nicht genügend Zeit oder es wird nur auf die medizinischen Fragen Antwort gegeben. Und wir haben uns gedacht, es gibt am Anfang so viele Dinge, die man an Veränderungen im Körper spürt oder wo man einfach nicht weiß, ist das normal oder ist das nicht normal, muss ich mir Gedanken machen. Dass wir eben dieses Modul anbieten, dass Frauen zu uns kommen können und dort einen Anlaufpunkt finden, wo Sie mit diesen ganz alltäglichen, banalen Fragen Antworten finden. Dabei wollen wir Sie unterstützen und stärken, mit Ihnen gemeinsam Ihre Ressourcen finden, um Sie zu begleiten oder Ihnen Tipps zu geben, wie Sie gut und gesund durch eine schöne Schwangerschaft kommen können und auch wie Sie sich vorbereiten können auf eine gute Geburt, indem Sie eben in der Schwangerschaft schon dafür Vorsorge treffen. Bei den Modulen, die bisher stattgefunden haben, war ein Schwerpunkt, dass die Schwangeren sich einfach getroffen haben und austauschen konnten, dass viele ähnliche Fragen hatten und sich sehr aufgefangen fühlten, dass es anderen genauso geht und natürlich ein Vorteil, dass wir als Fachfrauen, als Hebamme dabei sind und eben auch gewisse Dinge ins richtige Licht rücken oder auch eben fachlich beantworten können. Das ist was anderes, als wenn Sie sich zum Beispiel in ein Internetforum begeben, wo Sie keine fachliche Begleitung haben. Außerdem möchten wir Ihnen vorstellen, welche verschiedenen Arten von Geburtshilfe in unserem Haus möglich sind. Möchten Sie bestärken darin, Ihr Kind so auf die Welt zu bringen, wie es für Sie gut ist, wie Sie es sich vorstellen und Ihnen auch zeigen, welche Möglichkeiten es da bei uns gibt und wie wir Sie unterstützen können. Das Modul findet jeden ersten Mittwoch im Monat statt, ist kostenfrei und bedarf eigentlich auch keiner weiteren Anmeldung. Wir würden Sie dennoch bitten, über die Baby-App Bad Nauheim, die Sie kostenlos über den App-Store runterladen können, sich anzumelden, dass wir wissen, wie viele Frauen ungefähr kommen. Sie brauchen nichts mitbringen, es ist kostenfrei, Sie müssen keine Krankenkassenkarte und so weiter dabei haben. Was wir Sie bitten würden, ist den Mutterpass dabei zu haben, weil es gut sein kann, dass wir Ihnen den nochmal erklären, wenn Sie Fragen zum Mutterpass haben, dass wir einfach Ihnen auch mal erklären, was dort drin steht. Von daher wäre es schön, wenn Sie den dabei haben. Sie sind alle ganz herzlich willkommen zu Jedenzeiten der Schwangerschaft und wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Sie sind alle ganz herzlich willkommen zu Ihnen.